profitieren die menschen die noch keine rentner sind auch von der rentenerhöhung 2022 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de die rentenanpassung zum 1.7.2022 ist in voller fahrt rund 21 millionen rentnerinnen und rentner erhalten ab dem 1.7.2022 höhere renten jetzt stellt sich natürlich die frage was ist denn aber mit den vielen millionen arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern und rentenversicherungspflichtigen selbstständigen beschäftigten die noch keine rente haben gilt die rentenerhöhung die ab dem 1.7.2022 ja jetzt rechtskräftig ist auch für diese person ja ich könnte fast sagen natürlich aber so einfach möchte ich mir hier nicht machen zig millionen menschen gehen in deutschland arbeiten und zahlen in die rentenkasse ein sie erwirtschaften endgeltpunkte für eine spätere gesetzliche rente altersrente erwerbsminderungsrente von der hinterbliebenen rente wollen wir mal nicht reden der gesetzgeber legt fest welcher gegenwert an rente oder welchen gegenwert an rente sie für einen endgeltpunkt bekommen auch wenn die rente noch gar nicht ausgezahlt wird das heißt also wenn sie als anwartschaft da ist wenn sie die erwirtschaften sozusagen dabei orientiert sich die höhe der erwirtschafteten rentenanwartschaften immer an den aktuellen rentenwerten steigen die rentenwerte steigen auch die zukünftig zu erwartenden rentenansprüche hat also ein 50 jähriger versicherter bis zum 31.12.2021 35 entgeltpunkte erwirtschaftet so beträgt die höhe seiner zu erwartenden regel altersrente bis zum 30.06.2022 1196 euro und 65 cent ein tag später am 1.07.2022 sind es dann schon 1260 euro und 70 cent und zwar bei dem gleichen entgeltpunktestand 35 entgeltpunkte was hat sich verändert der rentenwert der am 30.06.2022 noch galt nämlich 34 euro und 19 cent für einen entgeltpunkt der stieg am 1.07.2022 auf 36 euro und 2 cent für einen entgeltpunkt damit ist klar dass diejenigen menschen die noch keine rentner sind unmittelbar von der rentenerhöhung 2022 profitieren denn ihre rentenanwartschaften steigen im gleichen maße wie die renten der bestandsrentner steigen näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel und ein gutes счenziale ich wünsche ihnen einen tag事情 ich wünsche ihnen ein tag